Ja Freunde, jetzt sagt immer noch die Frage, ne? Gleichgewicht, ja oder nein? Wir machen einfach mal weiter, wie es ist. Badewein, mich hat jemand... Palutena! Palunetta! Komm mit sie. Mit den Kämpfern, ich weiß, ich hab immer noch einen Madridley, oder? Jaja, Madridley. Jedenfalls... Aaaaaah! Mich hat einer in den Kommentaren darauf hingewiesen. Vielen Dank, Freunde. Ähm, wegen... Ich konnte nur nicht darauf antworten. Die letzte Zeit ist sehr viel Lust. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt. Jedenfalls, aber ich hab's auf jeden Fall gesehen. Wegen dem Gleichgewicht-Dings da, die... Bede, was ist jetzt los? Die Spirits, die haben vor... Bevor ich zu einem Spirit gehe, dann kann ich quasi daran erkennen, zu welchem es gehört. Ob Licht oder... Also Licht oder... Ne... Ja, Licht oder Finsternis. Gut oder Böse. Hab nicht drauf geachtet. Ist mir nicht aufgefallen. Ich werd mal drauf achten, ob ich das sehe. Aber das hört dann quasi wie... Die... Die haben ziemlich unterschieden, als sie das in der Story gespielt haben. Das hab ich schon gemerkt. Aber irgendwie hab ich das hier auf der März nicht drauf geachtet. Ich dachte immer so, die von Kyra sind auf der rechten Seite. Und die von... ...Dars auf der linken. Aber ja, ich guck einfach mal gleich nach. Ey, Palutena, mach mal. Oh my God, du weißt doch, du weißt doch, ihr sollt langsam mit mir machen. Ihr sollt langsam mit mir machen. Ihr sollt einfach nur langsam mit mir machen. Palutena kämpft nun mit uns, Palunetta. Okay. Ja, ansonsten begrüße ich natürlich. Was geht ab? Cool, dass ihr reinguckt. Danke, ciao. Und... Nein, 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 nein. Natürlich. Cool, dass ihr reinguckt, Freunde. Jetzt gehen wir mal crazy an links dappen. Und dann kommen wir wieder hin. Ähm... Ja, im Prinzip... Ja, ach so, ach so. Okay, okay. Ich weiß, okay, okay. Guck mal, seht ihr, die Geister hier da oben sind zum Beispiel... Ich zeig grad drauf. Aber ihr seht, dass ich auf der rechten Seite diesen... Ähm... Hell, sag ich mal. Oder weiß. Und links ist schwarz. Also die weißen gehören zu Kyra und die schwarzen zu Dars. Genau, genau. Okay, das... Das unterbewusste war mir das schon klar auf jeden Fall. Ähm... Ja, aber... Ich weiß halt legit nicht. Ob ich es im Gleichgewicht halten soll. Weißt du, was ich meine? Deswegen lasse ich das einfach mal so, wie es ist. Ähm... Wir haben jetzt rechts Palotiner-Besig. Wer ist hier? Und guck mal, bei denen... Oh, boah, Bayonetta. Bei denen seht ihr auch, dass es die Geister oder die Kämpfer von Dars sind. Weil die dann um sich herum noch irgendein so ein grausam Schleier, sag ich mal. Jedenfalls, Freunde. Willkommen zurück. Smash! Smash! Ich habe immer die ganze Zeit zur Seite, weil letzten Mal hat es ein bisschen aufgeleckt, aber mittlerweile... Also aktuell sieht es gut aus. Falls jemand sich mit OBS ausgeht oder so, dann steht da immer, wenn es lag, Codierung überlastet oder so. Aktuell sieht das nicht so aus, aber irgendwie habe ich trotzdem das Gefühl, dass das Bild nicht so rein ist. Vielleicht sollte ich mal meine Game Capture Card nach dem Part hier neu konfigurieren und einfach mal gucken. Ja, einfach mal drüber schauen am besten. Jedenfalls, ich hoffe, es ist erträglich. Aber bis jetzt sieht es gut aus. Gott sei Dank. Nur diese Bayonetta näher. Komm mal her, Mädel, und raus mit dir. Ah, wo? Oder auch nicht, oder auch nicht. Okay. Ui! Wie will denn dich schießen, Zauber? Dir geht es zu gut, oder? Das ist ja nicht mehr... Family Friendly hier! Schießt wie ein normaler Mensch. Oder lassen sie es. Oder sie kommen. Wolle! Ah! Okay, ciao. Nein! Bitte lass! Ah, Hilfe! Was macht ihr? Lass mir einen Gruß! Aua! Die Uhr tickt. Es passiert nichts. Raus mit dir, Madame! Bajonetta, sie ist am Start. Doreenion. Alles klar. Ich weiß nicht, ob wir kurz vom Ende sind oder was abgeht. Ich bin einfach nur drauf gespannt. Jetzt wieder im Gleichgewicht quasi. Wenn wir jetzt Crazy Hand besiegen, dann soll es wieder zur anderen Seite und zu einem sofort. Aber dann gehen wir dann nach rechts, Meisterhand besiegen. Und das ist halt so mein Plan. Irgendwie im Gleichgewicht halten und dann den Weg durch die Mitte nehmen. Irgendwie, keine Ahnung. Ich finde es aber nicht schlimm. Ich finde es aber nicht schlimm, dass ich dann, dass ich weiß, dass es abgeht, weil wir werden einfach schlau, indem wir das spielen. Das ist auch eine geile Sache auf jeden Fall. Crazy Handle. So, jetzt kommt man leer mit deinem Crazy Finger. Oh, genau this finger! Das war der genau this finger. Oh, was ist das? Du weißt nicht, wo ich bin. Ah, doch. Weißt du. Aua. What? Oh. Okay, ich dachte jetzt dodged, aber... Nee, war nicht so. Andere Richtung Ridley. Was macht der? Oh je, der tippt komplett aus. Der will sammeln. Wie cool wird der Ausgleich in der Luft. Aber... War leider falsch. Oh. Oh. Okay, jetzt lag es ein bisschen, das schmeißt. Jetzt kann ich wieder zusammengehen. Ja. Was, die haben Crazy Hand freigeschaltet? Dein Ernst? Aber es sah nicht so gut aus, um jetzt zu sein. Schau, ich schau mal gleich ab, was er drauf hat. Okay. Ja, zappeln wir nicht so um. Kein Freund. Was jetzt? Was jetzt? Was? Ich habe Crazy Hand aus Dars Band befreit. Ah, jetzt. Ah, jetzt jetzt. Was macht der? Der macht mir den Weg frei. Okay. 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 Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Irgendwie so sollte es klappen, hoffentlich. Jedenfalls, Freunde. Jedenfalls, Freunde. Ah, mir hat auch einer gesagt, dass hier irgendwo irgendwas Gescheitnis freischalten kann. Ich habe vergessen, was es war. Sorry, aber ich gehe einfach so drüber. Und so. Eigentlich, ich gehe einfach so von, keine Ahnung, was ich sehe, was ich freischalten kann. Und schalte ich einfach frei. Also, wenn es nichts gibt, dann. Ach, guck, gehe ich raus. Aber vielen Dank natürlich für eure ganzen Tipps, Freunde. Ich schaue da immer wieder rein. Ähm. Krimine Gottheit, stimmt, den haben wir letztes Mal bekommen. Warte mal, lasst du mal skillen. Nein, stopp. Nein, ist okay. 11. Ähm. Dings wollte ich sehen. Äh. Ja, wie siehst du, CrazyHand ist nicht mal hier. Wurscht der CrazyHand. Hier. Drei Slots. Äh, der ist nicht so bald. Egal. Ah, wir haben welche ins Training geschickt. Check mir das nochmal ab, Freunde. Ihr habt ein paar Tage nicht mehr gezockt. Deswegen, ja. Sie stärkt der Stand. Ja, lass mal wieder ein paar euch reinschicken. Nicht niedrigste Level. Komm mit sie, machen sie bester Rang. Rein mit dir. Was? Dieser Link? Stopp! Stopp! Wo ist Link? Der eine Link, der neutral. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Ich glaub der ist richtig drauf. Okay. Okay. Wir müssen wieder rüber. Wieder rüber. Wieder rüber. Wieder rüber. Wieder rüber. Das Badge mir aber am Meisterhund. Gucken was abgeht. Classic Meisterhund. Oh, ich Idiot. Oh, doch. Ich habe mich da. Diese Seite ist ein Invigor von Naldins, ja. Oh, oh. hat sie sich ein bisschen geht was ich raus wir noch sammeln cool dass sie immer neue muss bekommen aber auch schön was hey michael ridley ist sein hals ist einfach mechanisch keiner weiß okay jetzt mich doch schon was jetzt abgeht das go meister und helfen sie uns ja was jetzt mag ich das kaputt bitte was ist was ja ich bin gespannt was da jetzt abgeht außer davon dass es mir gerade anzeigen dass es lag ich krieg die krise ist sorry dafür ohne spaß aber es sind immer so technik bei technik fragen technik fragen ha 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 aber ich habe keine lust jetzt hier links bar zu besiegen dass ich dann wieder nach rechts muss oder was weiß ich ich will einfach nur durch gemeldet sein da ist das passt so ja Oh. Oh mein Gott, wie gruselig, habe ich das gesehen, von Majora's Angst, von Majora's Angst, oh ja, können wir das noch entlassen, bitte, ich will doch einfach nur gucken, was da abgeht, hier keine Lust mehr, links, rechts, links, rechts, ach so, ich muss den Pfad genau da hinsetzen, wann kann ich da durch, das ist das mit dem Gleichgewicht, oh man, jetzt musst du wieder nach links, und dann, dein Ernst, das sind auch noch so 1000 Stücke, unglaublich, was ist das für ein Geist? Oh, ja, oh ja, so soll es im endeffekt sein aber ich kann noch nicht durch 1 2 3 muss auf der rechten seitens 3 besiegen dass er durch kann heißt dass hier mal drei besiegen erst hier mal drei besiegen so dass er mich an drei besiegen von der rechten seite es dort bleibt wo es gerade ist wenn es hoffentlich so ist er ist cool aus was kann ich jetzt so wie viele klein die sind oh ist auf zeit wirft es weg geht es braucht kein schwein es ist der Game & Watch Okay. Warte, was? Giftboden. Hmm. Leggift. Haben wir was gegen Giftboden? Sicherlich, hoffentlich. Ja, ja. Macht immer mir den Gift. Nice. Wie auch? Yes. Ja, ja. Well done. Aus. Aus. As. Aus. 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 Ich würde jetzt verlieren, ich würde auch heulen nachts. Alter, du hast ein bisschen Ruhe. Was? Aber instant Karma, aber instant Karma, weil es war... So, zu krank. Jetzt. Jetzt. Was ist das? Jetzt. 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 Oh je, Mini. Was war denn das, ey? Was war denn das? So, jetzt aber. Hoffentlich geht das auf unser Plan. Hier noch einen besiegen und dann die drei links. Äh, rechts. Wobei sich halt nichts geändert hat, obwohl wir drei besiegt haben. Schade, wir müssen einfach mal gucken. Was ist denn hier los? Ronaldo? Oh. Was? Alter, keiner weiß. Manchmal ist halt einfach alles. Manchmal füllst du die Kontrolle und dann ist alles Ripperanium. Okay. Ja, perfekt. Und jetzt sehen wir die drei von rechts und dann sollten wir wieder dort sein, wo wir da quasi rein können, hoffentlich. Äh, geh mal lesen. Ähm, eins, zwei, drei, oh, vier. Oh, shit. Oh, la. Oh, kann's vergessen. Oh, wir müssen dann nochmal rüber und hier und das. Oh, je. Oh, je. Oh, je. Total falsch kalkuliert, du. Ey, total falsch kalkuliert. Das sage ich dir. Oh, la. Oh, my God. Ja, ich bin bereit darauf. Wo bist du? Ja. Was war das? Hä? Na ja. Na ja. Schauen wir mal. Ich möchte euch hier drei besiegen dürfen. Ja, und dann was bringt mir das gar nicht? Oh, ich kann nichts. Legende, wow. Higa-Meg. Wow, wie viel Schaden macht eigentlich? Ja, ja. Morgen. Morgen hören wir uns, mein Junge. Morgen hören wir uns. Genau dies. Der will glaub... Ey, der Junge will auf die Schnuppe. Das ist... Hat der gerade richtig gesagt, du? Der hat gesagt, ey, ich will auf die Schnuppe. Kein Ding. Ich hab FFM-Bose am Start. Oh, guck mal. Oh, guck mal, wie auch. Schon. Und viele Charaktere freigeschaltet, die so aus sind. Der Junge wollte es wissen. Ich hab ihn gewarnt. Knochen-Bose mit einem Slot. Einfach nur. Kein Sinn. Ah, mit Notfall. Ah, okay. Bereit? Los! Oh, mach der so viel Schaden, kann mir das ja jemand sagen. Ich bin schon tot. Bist ich eigentlich kaputt, oder was ist mit dir? Ich bin schon tot. Brauche ich eigentlich nicht einsetzen. Ich brauche meinen Flammenwurf einsetzen. Kann nicht zu kraft werden. Wow. Kein Ernst. Ja, die haben ihn übertrieben. Nein. Ich hab ihn mit dir. Es war schön, Mann Ey. Niederlage! Fortsetzen! Guck mal, wie viel Schaden der macht. Er sagt, ich hab wenig Leben oder der tut richtig gut Schaden. Ja, Junge, was ist mit dir eigentlich, Mann? Warum bin ich so langsam? Hä? Irgendwas stimmt mit dem Scheißspiel nicht. Komm, du mal ran. Ich pack nicht sowas von raus. Das ist ja auch so gar nicht. Meine einzige Option. Und jetzt, da wo du liegst, genauso. Ah, der weiß, der weiß, was du tun hast. Der ist vorbei, Alter. Die haben fett übertrieben mit dem. Warte mal, warte. Nein! 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 Raus mit dir! Ja, ja, die Schläge kommen durch oder was? Ja, ach so, okay! Ja, ach so, okay! Das ist auch viel zu... Nein! Nee, du haltst dich davon. Ey, ist mein einziger Plan, jetzt den da rauszauhen. Haha! Ist mein einziger Plan, den da rauszauhen, das sag ich euch. Einfach nehmen und wegpacken, so. Raus mit dir! Das ist grad mein einziger Plan. Komm! Komm her, komm her! Komm, komm, komm! Ich mach dir nichts, komm! Wie? Der war safe draußen! Ich hab's sogar gesehen! Der war sowas von draußen, ey! Oh, was für eine Reichweite habt ihr? Haben die den gebufft oder was? Guck mal! Der hält ja alles aus, ey! Der hat keinen Sinn! Ganz ehrlich! Komm! Tor nach links! Hey, ich hab mich doch geschützt, aber... Niederlage! Fortsetzen! Ah! Ey! Aber ganz... Hey! Ich hatte ihn eigentlich schon rausgehabt, man! Das kann doch nicht sein, dass er das überlebt hat! Ich hatte ihn schon, ihr habt's gesehen! Hä? Ich hab mich doch nichts mal. Nein! P-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Juck dir nicht Ja 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 Und was ist morgen? Feiertag oder was? Nee, 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 nee Raus mit dir! Nein! Ja wow, jetzt sieht man auch noch HP ab Ah, ich würde sagen, Freunde, wir machen für niemals Schluss Machen für niemals Schluss und ich muss irgendwas überlegen, was gegen diesen kleinen Dreck macht Danke fürs Zusehen Bevor das Ganze in Rage aushartet Ja, danke fürs Zusehen, Freunde, wir sehen uns das nächste Mal Peace!